die 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 nein die sind verdammt gut die sind auch besser positioniert als ich glaube die gehen fast auf Top Ten zu ich weiß es nicht ja da fiel Elo Leute ich habe mir zu sicher diesen verdammt kratziger die Schilder sind verlegen und so wie ich möchte dort gibt es dann die tun willst du es dann über mich wenn wir nicht oben kommen ist bei mir hier oben tut es wird ein kleines Landkreis die alten da gab ein Problem der Kanz um ein Gott mit zwei und vier achte schon ist was wenn man zu einem das heißt vorher alle Mello fehl Jona er fehlt kann man bei 1 second fail da ist nicht im muss einer mal hochkommen mal über links ja oh du direkt zurück 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 das ist ein rot fuck alter und dahinten der kriegt gar nix alter ja ich probiere auf dem 1 second da irgendwann das Bett einbauen da kommt keiner äh kannst du ein Bett einbauen mit ein paar Blöcken ich hab noch gar nicht ein paar Riesbund schon wieder einer mir vorbeigelaufen Bogen down ach du Manny, kommt einer was? da kommt einer ja ist tot ja, bisschen Raining oh man, da bin ich down easy, wie gewinnt das noch? ich brauch hinten nur Lighthound ok der hat nen Bogen gemacht, der kommt wer? ich hab keinen Bogen mach Bogen da ist ein Gold Achtung, Achtung, wet, wet, wet ja, der will das du hast ein Schwert du hast ein Schwert ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' hast schon Bogen hast du schon Bogen? ich hab' ich jetzt zwei Gäste ich hab' ich jetzt zwei Gäste ich bin noch toll und keine Bogen keine Ahnung ja, aber bitteschön das hat er geschickt hat der Geld bekommt so viele knockback ey Du Leute haben einen knockback mit Rüsse ich hab' meine Brustblad Besten äh seit ihr endlich mit Leitern hast du genug? Ne, mach' mal so so ein Schmidt aber der Bogen war gerade selbst ey, baut ihr einfach jetzt schon Eisenblöck und so und macht Eckbase wenn du ein bisschen weitestest, dann kannst du meine wirkliche Bahn Achtung, Achtung, was du warst? One sec Junge, wie hast du gebaut, Alter? Alter, wer baut so? Oh fuck man, ich hab nicht genug Leiter Ah, scheiße gebaut, Mann Ey, haben wir einen Speck hier, Herux? Naja, ich muss direkt mit CV auswählen Dauert was Die bauen links ins OP weg Ah, die kommen voll schlecht hin an Ja, die spielen wahrscheinlich hin Und da haben wir hart verschissen Und da haben wir hart verschissen Ach, da hinten eine Dram Hast gesehen? Er bekommt kein Lockback, aber ich Dieser Grüne? Ja Ja, da passt auf, ich bin Ja, der hat an Mann, wie kann man denn mit 41 Böcken verheben, oder? 41 Das ist hart, Leute Das ist echt hart Du kannst nicht mehr gerne als zweites bauen Ich hab als erster gebaut, ich hab sogar noch mehr als du Bau breit, bau breit Ich bin tot, als er aber so unlucky GG, komm, Alter, ich hasse diesen Server Ich geh einfach durch die Leiterin durch die man sitzt Auf einen, hinten Ja, da macht sich ein MLG Ich hab nicht mehr vorliegt, ne? Hab den anderen auch Ey Alle drei Base jetzt erstmal Dankeschön Ne, ne, einer nur Eine MLG Bauer, 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 Bauer Ich geh hinten auf den, falls da noch jemand ist Ne, ist keiner mehr Ne, die ersten bleiben drei Base, warte mal Der wird dann zum Schwanz als Freund Haben die Specs? Ja, 100 pro Egal, wir gewinnen die Runde noch easy Wenn wir da hinten ziemlich weit, fast ganz Ah, nein Oha Wenn du hoch gehst, dann nimm genug mit Ja, ich hab zwei Stacks Hast du Ender-Chest? Ne, ne, aber das ist noch zu dumm und zu riskant Ne, ne, die musst du direkt mitnehmen Ja, oben ist wieder einer Hoch gehst Einmal, einmal vorbauen und dann direkt mitnehmen Der eine geht wieder nicht Jungen, du spammst mich ab, Alter, das bringt dir nichts Der macht, glaub ich, Schafe Entschuldigung Der macht, glaub ich, Schafe Entschuldigung Ja, der macht n Schafe Ah, der macht hinten auf den Turm drauf Ja, ich brauch höchern der Größen Direkt neben der Schafe bei mir Fett, 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 Fett Das ist weggeschränkt worden Aber keine Ahnung, die Runde wird schwer, wir spielen irgendwie richtig scheiße Nein, aber wenn wir jetzt einfach auf dem Bett schwitzen und wie die größten Lappen spielen, dann gewinnen wir Ja, ich hab... Hat bleibt Bronx, oder du stehst die ganze Zeit da drin so Ja, ja, warte mal Nein Aber ich weiß noch nicht so viel Ich hab mir mal beim Dingsten Baut mir das Bett viel besser ein, Alter, das ist immer noch warm, Bro Ja, ich weiß Ich kann ja nichts machen, auch nur bei uns Ach, danke schön Alter, wie oft willst du noch vor mich rennen Ich kann halt von ganz unten nicht die O Ich kann halt von ganz unten nicht die O Ja, die Kiste würd ich jetzt hinsetzen, ne? Ja Ja, wieder Schafe, vermute ich mal Konter, ich konter alleine hinten weiter Ja, Schafe Zwei Stück mehr Okay, bleibt zu zweit Face Äh, drei Leute, drei Leute, drei Leute, drei Leute Machen die Triple MlG Ja, ja, mit Schafen Ja, haben wir genügend Gold für EP? Nein Nein Hab einen Nice Baut unten nicht mal weiter, bitte Darf Oh mein Gott Boah, so nice Achtung Hä? Wie macht der MlG? Ich bin reingesch... Achtung, MlG Noch einer Ich hab Bett wieder zugebaut Guck, wie viel hält dieser Spast aus Das ist echt so, Digga Ey, ich bin eben in seinen Kopf reingelaufen Ey, weil Leute, richtig gut wir gedeft haben Also richtig gut zusammengespielt Macht unten gar nichts mehr Macht unten gar nichts mehr Ja, BaseDef ist nicht schwer Ja, BaseDef ist schon schwer Weil wir meistens BaseDef verkacken Ja, wir machen auch nie BaseDef, also das kannst du nicht BaseDef nennen, was wir machen Ja, schon Ne, du kannst die rechte chest, die unten drunter ist, kannst du eigentlich... Ey, wenn jetzt einer... geht doch mal einer hinten unten, unten über diesen Weg, da bin ich oben Dann lenkt ihr den ab, unten über eurem Kontraweg Einer muss gehen Ich bin Base, bro Ja, okay, dann... einer muss da lang gehen Das wäre richtig nice, irgendwie... Ey, Mario, du musst rechts den T-T-Shirt oder so... Ich mach mich mal kurz... Ich weiß nicht, ich brauche erstmal... Ne, wäre unnötig, weil die alle Base sind und wir haben nix safe Ja, gleich Achts, der EmG gleich wieder Dafür Wurst Äh, der zu dritt, eine zu dritt, eine zu machen So dritt, oben? Er ist nein zu zweit, einer ist gestorben beim EmG beim... das Fliegversuch Wie gut ist der Köpfe denn der Base? Haben keine Spektes Achtung einer von OneStick und einer jetzt EmG Einer von OneStick, ihr Reset, ihr Reset, ihr Reset und einer EmG Er springt, er springt, einer, er springt Komm runter, komm runter, der Schlag Ah, mein OP, DND, Schuss Leckt ihr die jetzt unten ab und den Hüften ablenken. Und Zeck ist noch einer, ne? Baut unten mal nicht weiter. Was hab ich denn zu dir gesagt, Chris? Hör doch mal zu, wenn ich was sage. Was hast du gesagt? Unten nicht mehr weiterbauen. Wir sind auf 0 und ab 0 kann man perfekt dp werfen. Wenn wir jetzt alles weiterbauen, dann spielen die. Hey, ich bau nicht unten weiter. Wer hat denn dann noch weitergebaut? Ich bau unten gar nicht. Ich bau oben die ganze Zeit. Ich bin immer noch oben. Wieviel sind beide in der Base? Einer müsste oben nur sein, weil einer ist... Warte, einer ist... Ich brauch generell... Ich brauch neues Essen gleich. Einer ist One-Stick, einer ist jetzt oben. Zwei dann mitbogen, oder nicht? Ja, einer macht der dann klatschen, glaub ich. Oder ne, doch nicht. Der einer geht hinten. Hallo, haben wir jetzt einen Speck, oder nicht? Nein. Nein, haben wir nicht. Jedenfalls keinen, der uns so was sagen kann. Wir haben gar keinen. Ich hab den einmal oben. Vom One-Stick, vom One-Stick. Ja. Das ist unsere EP. Wir machen EP Stärke, glaub ich, okay. EP Stärke? Einer baut unten ab. Eine MLG. Hat verkackt. MLG. Hat verkackt. Hat verkackt. Wer ist ganz oben da? Ich bin oben durch. Ah. Du leg dir einen Speed-Bot. Äh, den... Nimm ich die EP erst. Ich weiß nicht, ist noch einer auf dem One-Stick? Ja, oder? Ja, ja, der ist noch einer. Vom rechten Villager liegen meine Sachen, dann mal bitte... Der vom One-Stick geht jetzt auf mich, Leute. Fuck, was treffe ich denn? Ich muss nur hoffen, dass ich das überlebe. Hä, mein Bogen zieht voll nach rechts gerade. Wer baut da über uns den TNT-Schutz so komisch? Ich bin ganz oben, Leute. Ich jump mal alle meine Leitern nur runter. Brauchst du da oben irgendwie so'n TNT-Schutz? Hm, ich bin ganz oben oben. Okay, die Leitern sind's. Auf'n TNT-Schutz. Oh, Leute, ich werd oben sterben. Keine Ender-Chest. Ja, einer unten, einer geht unten hin. Holt den mal unten. Dann kann ich EPS machen. Ja, ich mach das. Hä, warum treffe ich ihn nicht? Ich schieß durch ihn durch. Ah, die haben Specs. Das bringt ihm aber auch nichts eigentlich vom Treff. Ach, was will der denn Skriven, Alter, du scheiß Kind? Oh, jo! Was ist, was ist, was? Der hackt, Alter. Ich weiß mal, der oben mit Charlie mal Kekse. Aber die kannst du unten kurz weiterbauen, ein bisschen. Ja. Ja, lege ich. Dein Nachtweg. Wie weit ist er mit da vorne? Bau weiter, bau weiter. Weil du weißt, dass es nett ist. Ich baue an meinem Bett noch ganz bisschen besser ein. Weil wir haben ja noch volle Erdste rum gehabt. Ich weiß halt, ob die trifft. Oh, Mann, und die schlagen mich instant runter, ey. Hast du LP gemacht? Ja. Ja. Sind doch noch voll viele bei den Bays. Nein, war ein ganz Equipter mit Eisenschwert, äh, mit Eisenschwert, also mit keinem Eisenschwert. Und der andere hat nur noch Backstick gehabt. Der hat nicht gebaut. Ja, der hat nicht gebaut. Alles weg, was ich gebaut habe. Nein, ich hab den einen gehabt, aber der hat noch Backstick gehabt. Sonst hätte ich die gehabt. Moment. Oh, die Schwuckel. Gehen wir unten durch. Dieser Typ, Mann, der... Ja, ja, der hackt dieser Charlie. Ich hab ihn auch, ich hab ihn. Ist unten noch einer. Dass man heute nicht mehr gut sein kann, ohne was drin zu haben, ist schon echt peinlich. Ey, seht ihr das da hinten, wie man es lebt alles? Ich hab den. Der unten wieder einen halben Kilometer weiter. Das riecht so hart auf, Mann, ich war so weit oben. Ja, dann nimm noch eine Energeist mit. Ich hab, ich kann an sich, wenn du hinten... Von dreimal gesagt. Ja. Ja, aber ich mein, ich war so weit unten, jetzt hätte ich die Energeist mitzunehmen. Ist auf dem One-Stick eigentlich noch einer? Ne, ne? Das bin ich. Ich hab den da unten geblieft. Nice. Ey, Till, ich schieße den Bogen oben ab, dann kann der weniger auf dich schießen. Ja, du schießt dann genügend auch nicht. Wenn du hochgehst, dann nimm den Energeist mit. Ja, aber das Ding ist, der schießt mich halt die ganze Zeit runter. Das ist vielleicht einmal, dass er jetzt geschafft habe, hochzukommen. So, jetzt vielleicht zweimal gleich. Ja, weil Till gut am Monster noch abnimmt. Äh, unten... Ja. Und ein Vollequipter. Alter. Alter, trifft der mich. Nach drei Herzen. Ja, die unten müssen wir einen One-Stick holen, ja. Wollte ich grad sagen. Ja, und unten speeft dann auch einer. Ich schieb viel zu hoch. Es speeft hinten jemand. Äh, ne. Energeist ist mir einfach irgendwie zu riskant. Warum? Ja, wenn... Wenn du oben bist, dann kannst du besser schießen. Nix den Bogen auf jeden Fall safe down. Wenn nicht, dann mach ich das gleich. Ja, okay. Ja, unten. Fuck, unten's blieft einer. Unten kommt auch einer. Ja, schon die ganze Zeit. Schön. Und der wieder ja? Ja, die haben nur... Die können nichts von uns wechseln. Da oben kommt einer. Ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass wir irgendwann TNT machen. Weil der mal... Es war ein bisschen TNT-Schutz, aber so Bombe ist der jetzt auch nicht. Dankeschön. Dankeschön. Nein, ich mein, der ist nicht so arg viel. Ja, ich weiß. Dein Knockback ist Legend. Dein Knockback ist Legend. Ja. Ich hab ihn mit einem Knockback-Stick auf einmal 1 Block geschlagen. Hab einen. Ich hab hinten den. Nice. Oh mein Gott, das war so wichtig. One-Stack, one-Stack. Ich bin hinten wieder oben. Alles, was ändert sich? Alter, ich bin auf zwei Herzen. Der ist blieb. Pass auf, nicht dass der One-Stack kommt. Der, der kann, der soll das blieben werden. Passt das. Komm doch hierhin, Jona, da kannst du ihn ja abschießen. Wo? Hierhin, wo ich stehe. Wo bist du denn? Wer kommt jetzt durch? Junge, dieser Typ, Alter. So, hat er verdient. Wie gesagt, bist du oben? Lenk den Bogen ab. Ich find deinen Bogen oben. Nice. Dann töte ihn, Alter. Der geht mir schon die ganze Zeit auf Piss. Jona ist tot. Ich hab den Bogen oben. Nice. Jona, geh mal den Weg hoch. Der lebt noch. Oder? Ne, der ist da und der ist da. Geh mal den Weg hoch. Ja, ich geh. Hey, Lose. Loser, join your channel. Hallo, Lose. Eh, speck bitte. Mika, kannst du bitte ganz schnell specken? Jo, ich steh schon gerade in meinem Mägen. Ey, mein Bogen hat aber nur noch 100 Schuss. Aber ist egal. Ist oben. Einer muss Bacer fassen, einer muss Bacer fassen. Ja, den Bacer fassen. Hab den nächsten down? Nice, Chris, nice, Chris. Bin jetzt so in der Bace. Ah, der ist nicht down, der ist nicht down, der ist nicht down. Die, 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 die auf G. Jetzt, 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 schieß. Nice. Nice. Ich muss unten einer spielen bei uns. Den musst du kriegen. Der wird ja gebannt, der wird doch gebannt, oder? Ein Rage-Grid. Nein, so schnell kann der nicht Rage-Gritten. Ist echt so, der wird gebannt. Alter, fast runtergelaufen. Ey, du musst ihn da irgendwie kriegen. Ey, natürlich. Ey, die wollen unten dran, die wollen unten dran. Ich hab... Deswegen... Ich... Einer muss spleven jetzt gleich, ne? Ich bin mit Bogen der Bild. Wo ist denn dein ganzes Gold? Ich hab mir nen Bogen grad gemacht. Ey, einer sofort mit Eisenpicker unten spleven. Merlin, spielst du mit Eisenpicker? Ich bin mit Bogen. Ey, gib mir jetzt Gold, gib mir jetzt Gold. Da oben ist Gold. Du kannst auch mit Eisenpicker, äh, mit Bogen spleven vorne. Das ist eigentlich noch fast besser. Du hast... Du hast doch einen Gold gerade bekommen. Ja, das ist oben in der Test. Nimm mal zum spleven der Rot mit. Nein. Warte, ich geh spleven. Hier nimm mal ne Grip. Ey, Merlin. Merlin, nimm ruhig den Bogen mit unten. Das ist egal. Warte, lass mich noch einmal hochgehen, Mann. Das hast du Bronze für mich oder sowas. Ne, ich hab 16. Einmal nehmen. Dankeschön. Sollen wir TNT machen jetzt schnell? Bill doch. Wir machen jetzt schnell TNT, okay? Wir haben noch gar kein Gold. Wir haben noch gar kein Gold. Doch, 8. Achso. 2 TNT reich machst. Äh, wir haben wahrscheinlich keine Bronze. Ja, aber dann lass Doppel machen. Merlin, dann nimm du den Bogen mit. Bleib erstmal... Ja, dann droppt mir das Equip in der Bogen. Wer von denen meinte, ihr wurde gebannt? Die können nix machen. Die haben einer... Der Coups in der Base. Der Coups in der Base. Wer von denen meinte, ihr wurde gebannt? Da wurde keiner gebannt. Ja, aber... Warte. Luwax. Luwax. L-U-V-A-X. Der aspect, also wurde nicht gebannt. Was würde denn gebannt werden, ey? Anti-Knockback. Ferturik wurde gekickt. Die bauen jetzt unter mir. Vom NCP. Ja, das ist so schlecht bei denen. Jona, wie soll ich den abschießen? Block unter dir abbauen. Der läuft doch schon von selbst runter. Ey, Jona, hier, ich hab was für dich. Behalt das mal kurz. Ich bau OP-Weggen. Ne, 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 ne. Nimm. Sag mal ein, schnell. Nein, ich hab, ich kann auch, okay, hier, möchtest du noch Blöcke haben? Ja, gleich. Und wieder einer. Zwei. Ähm, wenn du Blöcke brauchst, ich hab sie, ich dropp sie dir hier alle. Bau 169. Ist 169. alle blöcke liegen da das sollte reichen das war ja meine kann ich jetzt hier haben du hast das tnt oder wer meint er mich mach mal mach mal jetzt für eine stelle wo ich trocken kann aber noch nicht aufbauen dann bauen die ender chests ein 156 hier dann nein hier die bonnest den kalt haben wir da die hohe auch noch dort 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 hast du kopf gemacht nur 06 50 oder die kommen aber ich nicht der geld da geht auch du musst betrunken ist kentot er macht den kopf wird weil ich ganz hatte er braucht neun bogen ich habe nur noch 60 schluss und blöcke wo sind unsere ender chest wir haben ich habe genug ja die waren sofort alle hier drinnen und volle kuh wir sind zu dritt base zu zweit also du bist ja auch schon da das warte hier warte hier bis volle kuh weg ist was er hatte den bogen ich brauche unbedingt essen und glacke ich habe so eine scheiß ich habe essen wie viel tnt ist der bett sonst nehme ich wieder eins noch eins mit eins ich weiß nicht aber ich habe ein bisschen dabei braucht man zwei ja zwei werden besser warte dann habe ich sie im moment chris warte oben ich brauche einen bogen und bring den bogen hoch chris kommen zurück und nimm den bogen in meinem inventar eine muss halt bei es bleiben wegen ep bin ich ja gerade noch für wen soll ich den mit hochnehmen vier jungen und glöcke und essen bitte also blöcke habe ich zu sehen wie viele aber ich habe ein halbes reichen halber stack blöcke ja erstmal ja besser als nichts und 14 essen habe ich dabei haben die wieder einen tnt schutz oder was die sparen halt auf ep die können keinen bogen machen wenn die gäste einer hat aber eisenklapp bei ich weiß wenn ihn gehst du zurück in der base ich verlasse die base jetzt die haben keinen tnt schutz aber die haben wird relativ hoch eingebaut ja aber das reichen da reichen ja zwei tnt ja zwei müssten reichen berlin bist du in der base hey wo bist du bei denen auf dem weg bei herzen wenn der jetzt durchlöpft hat er unser bett wer hat doch keine thema ich da ist doch gar kein weg er baut sich aber gerade ein ist da und da ist heute in so rum wo sind hier meine kript was eben hier lag das dürfte in der chest sein alter also ich habe eine kript genommen ich weiß nicht dass es eins ist ah hier liegen noch blöcke macht tnt bei 155 ist jetzt warte hier du solltest jetzt wirst du genug blöcke haben ja ich habe essen essen hast du doch ja essen habe ich schon wieder keine energis von uns oben ist 155 oder 255 mach 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 ich mach bei 255 bring du ja merlin du kannst für mich 21 ich bin ja noch der match beim melochen